hallo willkommen zurück weiter hunter seit der freunde da jemand gegrunzt hier ich bin wieder auf der spur aber kommt keiner ich bleibe noch mal hier wird hier stehen bleiben wir versuchen es immer noch mit dem blöden hirsch ja mein handy hat auch schon geist aufgegeben hier im spiel auch nicht schlecht ist da ist ja www ja das hat endlich mal ein tier kommen jetzt gehen wir hier auf so wenn man ein stück vor wenn man alles sieht ja so so ist perfekt sehr gut ok und jetzt versuchen wir mal jetzt bin ich mal gespannt also bemerkbar machen die sich schon aber reagieren und sich kommt noch kommt aber sie werden kommen da ist ja auch noch mal so eine bucht hier bleib jetzt mal hier das blöde ist heute ich brauchen ganz maß bild das ist es also davon ist die plattform oder was ja das war sicher ist tja das interessiert mich kaum keiner kommt keiner das ist blöd das andere wäre das mit dem bogen oder ja dann haben wir hier noch zwei dammhörsche erziele dabei mindestens eine gold punktzahl ist klar jetzt ist abgestürzt okay das spiel ist abgestürzt müssen kurz dranbleiben ich muss noch mal neu starten hat er gerade noch gefehlt aber egal wir können ja gleich wieder reingehen vielleicht ging auch deswegen das handy nicht mehr so machen wir fortsetzen genau einen fuchs sie ist ein foto von am dammhirsch richtig ja genau noch mal da wieder hinlaufen oder was alle ist schon hier genau da gleich direkt hinlaufen machen wir doch das laufen direkt hin na soll ich doch da vorne die sind schon da die sind schon alle da ok ich muss langsam laufen was uns hauen die müde ab warte mal warte mal wo ist das wieder hier da läuft da hinten schön sehen ruhig herum kann aber nicht wahr sein da war doch jetzt gerade da hallo ja komm her vielleicht kann ich ihn mit locken oder so zum sehen ok ich bewege mich jetzt mal schneller weil da vorne ist nämlich der see ja komm halt her jetzt langweil mich jetzt nicht da oben hier ist irgendwas was ist das was ist das hier oh bedürfnisgebiet aha aha schön her kommen das ist doch hier das hier oder hoffe können sie mal dort verstecken weil hier ist nämlich auch der see der see der besagte see so äh ne nicht so weit so was ist das da insel wo bin ich jetzt ach so jetzt bin ich hier ok verstehe ich das erst ok dammhirsch 9.30 weiter mal vielleicht erwischt man den oh mann ja ist doch bescheuert ne wir laufen weiter wir laufen jetzt mal da hoch da haben wir dann eine aussicht der bessere so so guck mal guck mal vielleicht haben wir jetzt hier mehr glück ich muss aber zum see hin bringt ja alles nix oh gott geht es hier weit runter oh mann so 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 das sind wir wieder mal wieder mal wieder da haben wir jetzt hier spuren ok ach so jetzt verstehe ich das bin ich hier auf der anderen seite aha ok ah dann können wir uns ja da verstecken ne mit einem stein irgendwie machen wir doch das so jetzt dritten jetzt bin ich mal gespannt ob es hier geht versteck mich mal hier drin wie keiner sieht so gut versteckt aber egal ok genau da vorne hin so jetzt bin ich gespannt schau mal hoffentlich jetzt kannst du auch mal auf den stein draufsetzen mal mehr ausblick aha davon geht schon los da brummt schon einer ok jetzt muss er nur noch näher herkommen steht er doch vorne ja ja tata bamiyoshi foto foto reichte schon hallo die färbeln der muss näher her das gibt's nicht oh nein ach ne stehe ich auf der falschen seite oh ich wird verrückt wie soll ich denn jetzt da hinkommen verscheu ich doch den wieder oder heute seufzt jetzt da sehen ruhig ach komm ah ne die pistole ich wird verrückt so so erwischt scheiß auf das foto na gut jetzt kann er nicht durchlaufen ich wird verrückt wie laufe ich denn da durch ich muss doch da hinkommen bin ich dein ernst ich muss da hin hier ok hier ist auch ein wasser ich muss jetzt unbedingt da hin vielleicht habe ich wenigstens die eine mission geschafft dann boah schreck bin ich so du fuchs du halb los die schnauze so ich muss da hin ich muss da hin lalalala 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 ok und wo ist es jetzt hä ach ne da vorne eh dammhirsch hier 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 da blutspritzer tödlich aha ok das hier lang tödlicher brustspitzer 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 da hinten liegt er jawohl hehehe geil so muskel lungenflügel rechts haben wir erwischt ok und ist das ein goldener schuss oder nicht ich habe keine ahnung mach mal annehmen und zählt zählt das oder zählt das nicht gewähr bonus neue neue ausrüstung haben wir okay neue ausrüstung wieder okay noch mal neue ausrüstung neue ausrüstung er hatte nicht gezählt jetzt oder was da das ding hier ist das ernst 0 von 2 ja gut da war es kein goldschuss ne ach menno ach man na gut aber wir haben punkte bekommen das ist auch wichtig und geld naja wenigstens etwas naja vielleicht können wir ja hier ich stelle mich noch mal dahin wo ich vorhin war dort muss ich doch angreifen wie so ein spion der muss doch davor stehen und ich muss doch hier den c im hintergrund haben hat er ja gesagt sonst bringt er nichts also dann warte ich jetzt wieder ein gebüsch wie so ein spanner das andere so hier da soll der herr kommen hierher naja ein tier war ja schon erwischt und dann versuchen wir doch mal unser glück der nächsten folge bei der hunter bis dann tschüss tschüss